Das ist ein Klausurvorbereitungsvideo, und zwar zu Cäsar, der Bello Gallico, Buch 6, Kapitel 21. Es handelt sich um den Germanenexkurs, die Überschrift lautet, die wilden Nachbarn. Genau, der Text besteht aus 105 Wörtern, wenn du in der 11. oder 12. Klasse bist, also in der Oberstufe, beziehungsweise in der 13. gibt es sowas. Naja, anyway. Dann brauchst du für die Übersetzung des Textes 105 Minuten. Du brauchst natürlich dazu ein Wörterbuch, und du musst bereits die Lehrbuchphase absolviert haben, um diesen Text übersetzen zu können. Und den größten Teil der Grammatik, der Schulbuchgrammatik, solltest du auch. Der Schulgrammatik solltest du ebenfalls beherrschen. Falls du kein Wörterbuch zur Hand hast, benutze das Online-Wörterbuch www.navigium.de Ich wünsche dir bei der Übersetzung viel Erfolg. Drücke jetzt auf Pause. Und wenn du fertig bist, drücke auf Play. Und dann siehst du die Analyse und eine wörtliche Übersetzung. Viel Erfolg! Willkommen zurück! Beginnen wir mit der Analyse. Germani, Subjekt, weil Endung i, Nominativ Plural der O-Deklination. Multum findet sich so im Wörterbuch. Das ist eine adverbiale Bestimmung. Dann folgt eine Präpositionalphrase, eingeleitet durch die Präposition ab. Diese steht mit dem Applativ. Applativ erkennst du an der Endung i. Dritte Deklination. Diese ganze Präpositionalphrase ist eine adverbiale Bestimmung. Endung in T bei Verben steht für Präsens. Beziehungsweise steht nicht für Präsens, sondern für Drittperson Plural, aber das Tempus ist Präsens. Okay? Gut. Also Prädikat. Dann haben wir Bindewort. Bindewort. Druides. Endung i, Nominativ Plural. Der dritten Deklination. Also Subjekt, weil Nominativ. Endung in T. Dritte Person. Plural. Auch Präsens. Also Prädikat. Qui hat die Endung i. Subjekt, Nominativ Plural. Endung in T hier. Das ist das Prädikat. Dritte Person. Plural. Dann Rebus, Divinis. Beides Wörtchen im Dativ. Plural. Endung i, Bus. Das ist i-Deklination. Divinis. Divinus. A oder O-Deklination. Auf jeden Fall Dativ Plural. Also Dativ Objekt. Neque und Neque übersetzen wir mit wieder, noch. Gut. Sakrifiki ist Endung i, schon wieder Dativ Plural. Wir haben hier eine Art Parallelismus. Dativ Objekt und Prädikat. Dativ Objekt und Prädikat. Okay. Das war der erste Satz. Gehen wir über zu dem zweiten Satz. Deorum, Endung orum. Das ist Genitiv Plural. Also Genitiv Attribut zu dem nächstgelegenen Wort Numero. Numero, Endung o. Applativ Singular, Adverbiale Bestimmung. I, Os und Sol, Os. Endung s. O-Deklination, beziehungsweise I, Os, Is, I, I, It. Das ist eine Ausnahme. Aber gut. In diesem Fall beide Os-Endungen. Akkusativ Plural, also Akkusativ Objekt. Dokunt, Endung, Endung, Enti. Prädikat, dritte Person Plural. Präsent, in diesem Fall, Quos, Relativpronomen. Endung Os. Bezieht sich als Relativpronomen auf Eos, Solos. Gut. Jetzt kannst du es leicht an der Endung erkennen. Akkusativ Plural. Genau. Also Akkusativ Objekt. Kern und. Endung Enti. Dritte Person. Plural, das ist dann auch Präsent. Quorum, Relativpronomen. Genitiv Plural, also Genitiv Attribut. Aperte, findest du so ein Wörterbuch? Oder wahrscheinlich ist es eine Ableitung vom Adjektiv Apertus? Anyway, ist es ein, also mit der Endung E ist es ein Adverb. Ja, oder ein Adverb, das sich von einem Adjektiv ableitet. Opibus, Endung Ibus. Adverbiale Bestimmung, weil Applativ, Endung Ibus, Applativ Plural. Juvantur, Endung N-Tur. Das ist dann dritte Person Plural. Das ist das Prädikat. Solem, Endung E-M. Vulkanum, Endung Um. Lunam, Endung An. Alles Wörter im Akkusativ Singular, also Akkusativ Objekt. Reliquos, wiederum Akkusativ Plural, genauso wie Quos. Oder Solos Eos, Akkusativ Plural, Akkusativ Objekt. Nee, in Verbindung mit Guida. Ergibt die Übersetzung nicht einmal. Pharma steht im Applativ. Also, Adverbiale Bestimmung und Akkus, Perund, Endung, Erund, Perfekt, dritte Person Plural. Gehen wir über zu der, zu der, zum dritten Satz. Ach, was sag ich. Gehen wir zum, zum dritten Satz und zum vierten Satz über. Gut. Vita Omnis, beide Wörter im Nominativ. Du kannst es, ja. Omnis kannst du als Attribut betrachten oder als Prädikativum, also das Leben als Ganzes oder das ganze Leben. Tendenziell nach langen Überlegungen, nach wochenlangen Überlegungen, habe ich gedacht, warum eigentlich nicht das ganze Leben? Gut. Du kannst natürlich versuchen, es als Prädikativum zu übersetzen, das Leben als Ganzes. Aber ich würde wahrscheinlich übersetzen, das ganze Leben. Gut. Vita steht im Nominativ, das erkennst du an der Endung A. A-Deklination, Nominativ Singular. Omnis steht ebenfalls im Nominativ, das erkennst du an der Endung Is. Dritte Deklination. Gut, also ist es das Subjekt. Wobei Omnis kann als Attribut gedeutet werden. Gut. In Venati Onibus Adque in Studis, du siehst, das sind beide Präpositionalphrasen. In, in diesem Fall als Präposition, gefolgt von einem Substantiv im Applativ, erkennbar jeweils hier an der Endung Ibus und hier an der Endung Is. Adverbiale Bestimmungen sind das. Re, an der Endung E, je nachdem, welche Grammatik du hast. Kann es sich auch um Endung E-I handeln oder E-I, je nachdem, was dein Lehrer haben möchte. Tatsächlich ist das eher die Endung I, weil das ist E-Deklination und dieses E gehört eigentlich zum Stamm. Aber, who cares? Okay. Militares Endung Is, auch Genitiv, Singular, also Genitiv Attribut, bezieht sich auf Studis. Warum? Weil es sich nicht auf dieses Prädikat beziehen kann. Gut, Konstitit. Also, Konstitit, hier sind beide Deutungen möglich, kann präsent sein, kann auch perfekt sein. Und das ist ziemlich problematisch, weil Cäsar hier von einem Tempo zum anderen springt. Wir haben hier Dukund Präsens, Kernund Präsens, Jovantur Präsens und hier plötzlich Akeperund, Perfekt. Und hier haben wir, kann perfekt, kann präsent sein, hier steht Präsens und plötzlich Permanserund, Endung E-Rund steht im Perfekt. Hier ist wiederum bei vier und Präsens und hier Putant. Gut, du kannst natürlich sagen, okay, aber ist das vielleicht historisches Präsens? Natürlich kannst du das sagen. Dann musst du entsprechend alles im Präteritum übersetzen. Aber zur Übersetzung kommen wir gleich. Wir sind erst bei der Analyse. Gut, aber es gibt keinen Zweifel daran, dass es bei diesem Wort konsistet, es sich um Prädikat handelt. Warum? Weil es ein Verb ist. Und zwar, es ist ein finites Verb. Also ist es ein Prädikat. Und wir werden das nicht mehr diskutieren. Okay, Spaß. Apárvulis, Präpositionalphrase. Eingeleitet durch die Präposition ab, also ab mit dem Applativ. Endung Is, Applativ Plural. Adverbiale Bestimmung. Labore, Endung I, dritte Deklination, Dativ. Du, Riti, Ai oder E, was dein Lehrer ausgesprochen haben möchte, das weiß ich nicht. Du, Riti, Ai. A, E, Dativ, Singular, Dä, A, Deklination, also Dativ, Objekt, im Latanischen. Was es dann im Deutschen ist, das ist eine ganz andere Frage. Gut. Student, Endung in T, dritte Person, Singular, Plural, Präsenz, Student. Daher leitet sich auch Student ab. Okay, Prädikat. Dann, Quien, Endung I. Nominativ Plural, also das Subjekt, Diotissime. Das Wörtchen leitet sich von Dio ab, das ist Lange und Lange ist eine adverbiale Bestimmung, beziehungsweise Adverb, also adverbiale Bestimmung, genau, hier, erkennbar, Endung E. Und zudem ist das mit der Zwischensilbe oder mit der Infix, Isim, also Superlativ eines Adverbs. Okay, adverbiale Bestimmung der Zeit. Okay, Improves, 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 sorry. Endung ES, Akkusativ, beziehungsweise Nominativ, Plural. Warum? Weil, warum ist das Rot in der Farbe des Prädikats? Weil permanzere, also verweilen oder bleiben, ist ein kopulatives Verb in diesem Fall, also sie verbleiben in welchem Zustand, in dem Zustand der Unreife oder des unverheirateten Seins. Ja, und deswegen habe ich es in der Farbe, in der roten Farbe des Prädikats, als Prädikatsnomen gedeutet. Ja. Warum, warum bin ich zu dieser Überlegung gelangt? Dazu kommen wir gleich in der Übersetzung. Bleiben Sie also dran, bleiben Sie also dran. Sie werden es gleich erleben. Gut, Satz 4. Maximum. Endung am. Akkusativ Singular. Und das dazugehörige Wort ist laudem. Warum? Weil die sind kongruent. Und warum noch? Weil sie sind in der gleichen Farbe. Das sieht doch jeder. Das heißt, sie haben eine KNG-Kongruenz. Kasus, Numerus und Genus-Kongruenz. Und außerdem, man kann noch daran erkennen, dass diese Wörtchen sich aufeinander beziehen, weil hier so ein Strich ist. Okay. Nein, nein, also wegen der Kasus, Numerus und Genus-Kongruenz. Alles klar. Inter-suos ist eine Präpositionalfrase. Präposition inter steht mit dem Akkusativ. Also Akkusativ-Präpositionalfrase. Verrund, Endung ente. Dritte Person Plural. Dritte Person Plural, also Singular. Dritte Person Plural, Präsenz, also Prädikat. Gut. Hock steht im Applativ, also Adverbelle Bestimmung. Dann haben wir hier einen ACI. Warum? Weil Putant ist ein Kopfverb. Und davon ist ein ACI abhängig. Deswegen sind alle diese Akkusativ-Staturen, Wirres und Nervos, das sind keine Akkusativ-Objekte, sondern Akkusativ-Subjekte. Und diese Wörtchen Ali mit der Endung I und Ali mit der Endung I und Konfirmari mit der Endung Ri, das sind alles Infinitive in dem ACI. Und so werden sie zu Prädikaten im ACI. Und das sind Infinitive, Infinitiv, Präsenz, Passiv. Passiv. Ja? Wer hätte das erwartet? Niemand. Aber es ist nun mal eine Tatsache. Da können wir nichts machen. Okay, Spaß. Gut, aber dieses Ding hier, Maximum Laudem, Das nennt sich mit dem Fachterminus Hyperbaton. Nein, Hyperbaton. Das ist eine stilistische Figur. Zu Deutsch die Wortstellung, die von der üblichen abweicht. Das lernt man vielleicht im Deutschunterricht. Ja? Hyperbaton. Im Lateinischen kommt das ziemlich oft vor. Warum verwenden die Römer diese Stilmittel? Wobei das dazugehörige Adjektiv von dem dazugehörigen Substantiv getrennt werden. Um also einmal, ja, diese Verbindung hervorzuheben. Also das, was gespalten worden ist. Aber andererseits, um das hervorzuheben, was diese beiden Satzglieder, also Attribut, Maximum, und Akkusativobjekt, einklammern. Ja? Damit dieses eingeklammerte Ding, ja, Präpositionalphrase und Prädikat, hervorgehoben werden. Scheinbar ist das wichtig, ja? Der Redner, beziehungsweise der Schriftsteller, der Verfasser möchte dann sagen, das ist wichtig. Deswegen habe ich diesen schönen Hyperbaton hier aufgeschrieben. Okay. Gut, betrachten wir den fünften Satz. Alles klar, wir haben noch den fünften Satz. Präpositionalphrase. Inter, anum, vero, vikesimum. Präposition intra steht mit dem Akkusativ. Akkusativ erkennst du bei anum und vikesimum. Vero ist hingegen ein, Ja, so ein Zwischending. Feminei. Feminei. Das Stjendung AE kann als Dativ oder Genitiv gedeutet werden. Ich habe es irgendwie so jetzt vorläufig als Genitiv Singular gedeutet, als Genitiv Attribut zu Notitiam. Notitiam steht im Akkusativ Singular, also Akkusativ Objekt. Dann haben wir Habuisse, Endung Isse. Das ist Infinitiv Perfekt Aktiv. Warum ist das hier als Objekt? Weil es eine Objektphrase ist. Warum ist das aber so? Weil ich es gleich erklären werde in der Übersetzung. Darf ich das machen, bitte, in der Übersetzung, nicht in der Analyse? Okay, Spaß. Also, interpissimis, rebus. Was ist das für ein Ding? Das ist schon wieder ein Hyperbaton. Ja, Hyperbaton. Warum beziehen sich dieses Attribut schändlichst auf rebus? Ja, weil hier ein Strich ist, wie du siehst. Nein, Quatsch. Diese beiden Wörtchen stehen in Kasus, Numerus und Genus Congruenz. Das sind Applativ, Singular, Rebus, Weiblich, Feminum. Okay. Und das ist wiederum ein Hyperbaton, weil der Verfasser scheinbar das hervorheben wollte. Ja, also diese Phrase wollte er besonders hervorheben. Warum? Weil, also er schafft es nicht nur durch die Trennung des Attributs von dem, ja, von dem dazugehörigen, also Adjektiv von dem dazugehörigen Substantiv, sondern auch durch diesen Superlativ-Issim, ja, Superlativ-Adjektiv. Ist das nicht genial? Faszinierend, ja. Wir werden uns gleich die Übersetzung anschauen. Also, in den schändlichsten Dingen, ja, oder, ja, ich würde wahrscheinlich sagen, halten es, zählen es zu den schändlichsten Dingen, ja. Genau. Sehr schön. Q ist, Q ist Relativpronomen plus irgendwie so ein Substantiv im Genitiv, wie du siehst. Relativpronomen. Wahrscheinlich ist das ein relativer Satzanschluss. Das heißt, wir übersetzen dieses Relativpronomen wie ein, genau, genau, richtig, wie ein Demonstrativpronomen. Okay. Re, auch steht im Genitiv, Genitiv Singular, und dieses Relativpronomen, das wir dann als Demonstrativpronomen übersetzen. Warum? Weil, relativer Satzanschluss. Das Übersetzen, also das ist ein Genitivattribut als Satzlied. Nuller. Steht im Nominativ. Ja, das siehst du an der Nenung A. A-Deklination. Nominativ Singular. Warum ist das, warum ist das aber in der Farbe des Prädikats, weil, Prädikatsnormen. Ja, ist so, ist so. Ähm, esse, bei Formen von esse, ist tendenziell das Adjektiv Nuller, ist das ein Adjektiv, ja, so halbwegs Adjektiv, Pronominaladjektiv vermutlich. Pronominaladjektiv vermutlich. Okay. Ja, auf jeden Fall irgendwie so ein attributives Ding. Äh, aber es ist jetzt in diesem Fall nicht attributiv, sondern Prädikatsnormen, weil bei, äh, der Coppola est, beziehungsweise Hilfsverb, muss notwendigerweise etwas hinzugefügt werden, etwas Adjektivisches, äh, damit, 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 äh, es ein vollständiges Prädikat bildet, ja. Allein das Hilfsverb kann kein, kein, kann, 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 kann kein, kann kein, kann kein, äh, Prädikat sein. Okay, Akkultatio, Endung, äh, Tio, Akkultatio, beziehungsweise Endung, Endung, hier gibt es keine Endung. Ähm, das ist nämlich, äh, Nominativ, Symbolar, also Subjekt. Quot, wahrscheinlich Kausal, ja, Kausal. Promis, Promisque, ist das, äh, was ist das für ein Ding, das ist ein Adverb, ja. Äh, Influminibus, Adverbiale Phrase, Applativ, Endung, Ibus, Applativ, Plural. Perlu, Untur, Endung, Tur, N, Natur. Prädikat, dritte Person, Plural. Perlibus, Endung, Ibus, Parvis, Endung, Is, und T, T, Tegi, Tegimentis, Endung, Is. Und schon wieder haben wir einen Hyperbaton, Hyperbaton, ja, Hyperbaton. Das heißt, warum ist, warum beziehen sich, ähm, Perlibus, Out, ähm, Parvis auf Tegi, Mentes, weil, weil hier so ein Strich ist. Ja, sonst kann man das nicht erklären, weil Strich bedeutet, diese Wörter beziehen sich aufeinander. Haben wir es verstanden? Nein. Äh, das war ein kleiner Scherz. Gut. Diese Wörter beziehen sich aufeinander, weil sie in Kasus, Numbers und Genus übereinstimmen. Und wir haben hier zusätzlich noch ein Bindeglied. Bindeglied. Out, oder. Und diese Wörter stehen im Applativ Plural, beziehen sich aufeinander, ja. Das ist wiederum ein Hyperbaton. Und, äh, Reno, Renonum, ist ein Genitiv Plural. Und das ist ein Genitiv Attribut. Und wir können nichts dagegen machen, ja. Out, und, Endung, Natur. Achtung, das ist ein Deponens. Das übersetzen wir aktiv, obwohl es passiv aussieht, also Prädikat. Magna, Pate und zusätzlich Nuda sind alles Wörter, die im Applativ Singular stehen, ja. Und, also, und, also, und schon wieder, und schon wieder haben wir einen Hyperbaton. Wie erkennen wir ihn? Natürlich an diesem, an diesem Strich. Ja, ganz einfach. Oder, oder, du bist klug, dann erkennst du diese, die, die Zugehörigkeit dieser Wörter an Kasus, Numbers und Genuskonkurrenz. Ja, anders geht's nicht. Okay, oder? Du zeichnest in der Klausur einen Strich und dann weißt der Lehrer, du hast es verstanden. Okay, Corporis, ähm, genau. Wir haben hier so eine Art Parallelismus schon wieder, ja. Caesar, Caesar hat die lateinische Sprache vervollkommnet, weil er Parallelismen benutzt. Okay, Corporis, ähm, Genitiv Singular, also Genitiv Attribut. Und wozu gehört dieser Genitiv Attribut? Natürlich zu Parter. Genauso wie hier haben wir ein Genitiv Attribut, dieses bezieht sich auf Tegimentis. Ja, und warum ist das ein Parallelismus? Weil hier haben wir, ja, ähnliche, ähnliche Strukturen, also Strukturen, die Ähnlichkeit aufweisen. Zwei Hyper, Hyperbatons, die aufeinander folgen. Ist das nicht schön? Na gut, ähm, der Punkt ist der, wahrscheinlich wollte er, ähm, ja, durch diesen, durch diese Vielfalt an, ähm, an Stilfiguren diese Stelle besonders hervorheben. Ja, okay, also die Aufmerksamkeit des Lesers auf diese Stelle richten. Ja. Okay, aber zu den Stilmitteln werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch ein Video machen. Das heißt, ich werde dich nicht im Stich lassen. Du kannst dich auf mich verlassen. Gut, gehen wir über zu der Übersetzung. Herzlich willkommen zu der Übersetzung. Gut, wir haben hier einmal die wörtliche Übersetzung und die freie Übersetzung. Die freie Übersetzung findet ihr unter www.gottwein.de Warum sollte man also das Alphabet neu erfinden? Okay, also. Germanen. Vermutlich die Germanen. Ja, was machen sie? Sie viel von dieser Lebensweise sich unterscheiden. Und zwar, äh, vermutlich brauchen wir hier einen Kontext. Und das sind die Kelten von der Lebensweise der Kelten. Kelten sind die Galier, so wie sie die von den Römern bezeichnet worden sind. Und Kelten in ihrer eigenen Sprache Kelten. In unserer Sprache, also in der Sprache der Römer, sind es Galier. Okay, also die Germanen unterscheiden, und zwar sich, viel von dieser Lebensweise. Frei von diesen Sippen weichen die Germanen in vielen Stücken ab. Gut, Multum heißt bei mir viel, und bei Gottwein heißt es in vielen Stücken. Wie du es haben möchtest, bleibt dir überlassen. Aber Multum heißt in der Primärbedeutung viel. Du kannst es natürlich wörtlich übersetzen oder frei. Wenn du eine bessere Note bekommen möchtest, dann frei. Es sei denn, dein Lehrer ist ziemlich cool und sagt, je freier, desto besser. Aber gut, äh, gehen wir weiter. Wörtlich, gut. Das, was ich blau markiere, ist das, was du auch in dem Kommentar findest. Wo findest du einen Kommentar? In der Bibliothek. Ja, es gibt so einen Ort, wo Menschen Bücher sammeln. Vielleicht ist dieser Ort dir fremd, weil du im digitalen Zeitalter findest. Aber es gab Menschen damals, die sind in die Bibliothek gegangen. Und was haben sie dort gefunden? Bücher. Und in diesen Büchern standen Informationen. Und in diesen Büchern habe ich ebenfalls die Information herausgefunden. Und zwar, warum? Damit ich das Alphabet nicht neu erfinden muss. Aber gut, äh, Spaß. Denn, Neque haben wir gesagt, und Neque übersetzen wir als so ein Bindewort, Bindewortgruppe, ja, keine Ahnung, Bindewort, Friend-Wort, Friend-Wort, als weder noch. Denn, denn, die Droiden, denn, die Droiden, Droides, denn, die Droiden, wow, guck mal, denn die Droiden, eine Alliteration, ist das nicht schön? denn, denn die Droiden haben, wieder, denn, ach so, ah, okay, kleine Fehler, sorry, 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 das ist doch ein, äh, ein, äh, akkusativobjekt, my bad. und wer, wer hat keine Droiden, das sind die Germanen, und die Germanen haben keine Droiden, das ist offensichtlich, das, das ist Allgemeinwissen, das sollte man kennen, ja, denn sie haben, weder, Droiden, ja, das ist, was hier steht, also, das Subjekt ist also in der Endung enthalten, ja, sorry, ja, ich mache auch Fehler, ja, das werden wir nicht kommentieren, ja, also, denn sie haben weder Droiden, Komma, die, das ganze religiöse Leben beherrschen, du könntest es natürlich noch wörtlicher übersetzen, also, denn sie stehen den göttlichen Dingen voran, aber so, das ist dann kein angemessenes Deutsch, ja, warum, weil, weil, das würde im Kommentar nicht stehen, das heißt, du gehst in die Bibliothek, holst einen Kommentar, und, schreibst es einfach ab, ja, ganz einfach, denn was heißt es, den göttlichen Dingen voranstehen, das heißt, das ganze religiöse Leben beherrschen, was soll es sonst heißen, ja, okay, gut, also, denn sie haben weder Droiden, die das ganze religiöse Leben beherrschen, und nicht ersetzen wir durch noch, noch, obliegen, sie mit besonderem Eifer, die Opferhandlungen, das ist ein, hier, falscher Artikel, den Opferhandlungen, ja, ganz klar, oder, das heißt dann wörtlich, Sakrifiki ist, das ist eine Wortkomposition, aus, Sakr, und, Fakr, also heilig machen, also heilig, heilig Handlungen, und heilig Handlungen sind, Opferhandlungen, understand, okay, studiere, steht mit dem Dativ, im Lateinischen, weil Dativ Objekt wirkt, und im Deutschen obliegen, wem, sie obliegen, den Opferhandlungen, ja, auch mit Dativ, passt doch, ja, genau, dann heißt das, denn sie haben weder Droiden, die das ganze religiöse Leben beherrschen, noch obliegen sie, mit besonderem Eifer, den Opferhandlungen, ja, nicht schlecht, nicht schlecht, gut, was steht frei, man findet bei ihnen keine Priester, wie die Droiden, und auch keinen besonderen Hang zum Opferdienst, kann man machen, spricht nichts dagegen, gut, jetzt hast du eine wörtliche und eine freie Übersetzung, jetzt gehen wir, wohin, wir gehen, nicht in die Disco, sondern zum zweiten Satz, ja, so, betrachten wir den zweiten Satz, gut, der Orum, Numero und Dukere, das ist eine Phrase, die kannst du, ja, also, der Götter und dann Zahl und Dukere führen, das sind die Ursprungsbedeutungen, aber das muss man vielleicht als, also im Wörterbuch, als Gesamtheit betrachten, also, zu den Göttern zählen, in diesem Kontext, als Götter verehren, zu den Göttern zählen, ja, der Götter zu der Zahl, der Götter Dukere führen, zählen, ja, das muss man so deuten, also, als Götter verehren, verehren, als Götter verehren sie allein, Eos, allein, also sowas allein, und, nehmen wir mal diejenigen, Eos, diejenigen oder diese, quos, die, genau, als Götter verehren, das ist wiederum eine, eine Phrase, beziehungsweise, etwas, was du auch in einem Kommentar findest, mit den eigenen Augen wahrnehmen, ist auch etwas, was du in dem Kommentar findest, und durch deren Eingreifen sie auch, augenscheinlich Nutzen haben, das findest du auch ebenfalls im Kommentar, ist das nicht faszinierend, vom Hören Sagen Kennen, ist ebenfalls etwas, was du im Kommentar findest, und wenn du alles das im Kommentar gefunden hast, dann musst du, musst du eigentlich nicht mehr selbstständig denken, du musst es einfach abschreiben, und, diese Übersetzung deinem Lehrer vorlegen, und er wird sehen, wie schlau du bist, weil du einen Kommentar benutzt, ist das nicht toll? Okay, Spaß, Denken ist auf jeden Fall ein notwendiges Ding beim Latein, ja, denn der Lehrer muss verstehen, wie du zu deiner Übersetzung gelangt bist, abschreiben ist nicht gut, gut, als Götter verehren sie allein diejenigen, also, zu der Zahl der Götter, ja, du kunt, rechnen sie, oder zählen sie, solos allein, eos diejenigen, die kernund mit eigenen Augen wahrnehmen, ja, die sie mit eigenen Augen wahrnehmen, et und, opibus, aplativ, instrumentalis, durch deren, ja, durch, durch quorum, deren, opibus, Hilfe, ntur, sie, also, die Endung, in tur steht für dritte Plural, dritte Plural, sie, aperte offensichtlich, also augenscheinlich, Hilfe, opibus, also, juvare, helfen, also, durch, durch deren Hilfe sie offensichtlich Hilfe empfangen, ja, gut, und daraus machen wir, durch deren Eingreifen sie augenscheinlich Nutzen haben, soll, Sonnengott, Vulkan steht wahrscheinlich für Feuer, ja, klar, und Luna, Mondgöttin, ja, okay, gut, also, alles das, was sie mit den Augen wahrnehmen, das verehren sie auch, die Germanen, okay, reliquos, die übrigen, wahrscheinlich Götter, akkiperund, Ursprungsbedeutung von akkipere empfangen, annehmen, das ist aber hier nicht der Fall, weil, der Kommentar sagt etwas anderes, ja, er sagt kennen, fia kipere, kennen sie, ne, quidem, nicht einmal, und zwar, fana, vom Hörensagen, ja, als Götter verehren sie allein diejenigen, die sie mit eigenen Augen wahrnehmen, und durch deren Eingreifen sie augenscheinlich Nutzen haben soll, Vulkan und Luna, die übrigen kennen sie nicht einmal vom Hörensagen, das war Satz 2, so, Satz 3, Leben, als Ganzes, also ihr ganzes Leben, consistit, bestehen aus, oder bestehen in, besteht in der, in, 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 jagen auf jeden Fall, ad que, und, in, in studies, Beschäftigung, habe ich im Kommentar gefunden, ja, also in Beschäftigung, womit, rei militaris, nicht diese Wörtchen, unabhängig voneinander betrachten, das bedeutet das Kriegswesen, ja, Militärwesen, Kriegswesen, Kriegswesen, ja, genau, wenn du diese Wörtchen, unabhängig voneinander, nachschlägst, dann bist du auf einem Holzpfad, da findest du nur Holz, nicht die Übersetzung, okay, Kriegswesen, also ihr ganzes Leben besteht aus der, aus der Jagd, oder im Jagen, auf jeden Fall jagen sie, und in Beschäftigung, mit, mit dem Kriegswesen, dann haben wir dieses Ding hier, von, parvulis, von Jugend an, labori, der Arbeit, ak-duri-ci-ai, und der Abhärtung, Student, obliegen sie, ja, das kannst du so übersetzen, oder du schlägst im Kommentar nach, dann schaltest du dein Gehirn aus, und schreibst es ab, nein, 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 Spaß, die Erziehung ist von Kindheit an auf Strapazen und Abhärtung gerichtet, ja, genau, das heißt, von Jugend an, ja, Student, obliegen sie, ja, sie obliegen der Arbeit und der Abhärtung, beziehungsweise, Labor kann man auch Strapazen übersetzen, ja, als Strapazen, dann weiter, qui, diejenigen, die, die utissime, sehr lange, im puberes, in welchem Zustand verbleiben, also im Zustand des unverheiratet Seins, per maniere, also verbleiben, beziehungsweise, verblieben sind, in diesem Kontext, ja, verbleiben, ich habe es mal mit dem Präsens übersetzt, weil, das ist irgendwie tendenziell, also alles im Präsens hier, oder geblieben sind, geblieben sind, ja, vollendet der Perfekt, geblieben sind, ver- und ernten, ver- und, beziehungsweise, die wörtliche Übersetzung, tragen, tragen, maximam, den Größten, laudem Lob, und zwar wo? Unter ihnen, unter, unter den Germanen, aber, du kannst auch, wirklich klug sein, und einfach, in den Kommentar reinschauen, ja, diejenigen, die äußerst lange, unverheiratet, geblieben sind, geblieben sind, ernten, den Größten, Ruhm unter ihnen, ganz simpel, ja, dann, ähm, Potant, sie glauben, sie glauben, sie glauben, und dann brauchen wir, ein das, warum, weil, weil, also, i, weil, ist so, Zirkelschluss, ist so, sie glauben, dass dadurch, der Wuchs, äh, gefördert wird, warum gefördert wird, weil Ali ist ein Infinitiv-Passiv, ja, gefördert wird, also, der Wuchs, der Wuchs, nicht der Fuchs, sondern der Wuchs, gefördert wird, ja, gefördert, und schon wieder Ali, also, gefördert werden die Kräfte, gefördert, gefördert werden die Kräfte, und, ähm, und, die Muskeln werden gestärkt, ja, sie glauben, dass dadurch der Wuchs gefördert wird, gefördert werden die Kräfte, und die Muskeln gestärkt werden, gut, wir müssen das ein bisschen, irgendwie abkürzen, weil, gefördert werden die Kräfte, gefördert, und die Kräfte, die Kräfte, die Kräfte, gefördert, und die Muskeln gestärkt werden, ich glaube, so ist das jetzt ein bisschen deutscher, also, ihr ganzes Leben bewegt sich zwischen Jagd und Kriegsbeschäftigung, von Jugend auf gewinnen sie sich an Mühe und Aufjärtung, lange Urf, unverheiratet zu bleiben, bringt bei ihnen großes Lob, nicht großes, größtes, Maximum, größtes, Herrgottwein, oder Fraugottwein, weiß ich nicht, denn dadurch glauben sie, während Körpergröße, werde die Kraft gemäht, und Nerven gestärkt, ja, gefördert, gefördert, was dadurch, der Wurz gefördert, ja, die Erde, und die Kraft gefördert, und die Muskeln gestärkt werden, okay, ihr ganzes Leben besteht aus der Jagd und den Beschäftigungen mit dem Kriegswesen, die Erziehung ist von Kindheit an auf Strömung angerichtet, diejenigen, die äußerst lange unverheiratet geblieben sind, ernten den größten Rum unter ihnen, sie glauben, dass dadurch der Wuchs gefördert werde, und der Fuchs, die Kräfte gefördert und die Muskeln gestärkt werden, ja, passt. Und wir sind auch schon beim letzten Satz angelangt des Kapitel 21 Buch 6 von dem berühmten römischen Feldherrn und Geschichtsschreiber Galeus Julius Caesar in seinem berühmtesten Werk Bellum Gallicum. Also, das, was ich blau markiert habe, ist wiederum, wiederum eine Angabe aus dem Kommentar, beziehungsweise Angaben, plural. Also, vor Ablauf des zwanzigsten Lebensjahres. Jahres? Ja. Fero habe ich nachgeschlagen und festgestellt, es ist einfach nur ein Aber. Es ist ein Aber. So einfach ist das Leben hier. Nee, es ist ein Aber. Es ist ein Bindewort. Okay. Also, vor Ablauf von dem zwanzigsten Lebensjahr oder vor dem zwanzigsten Lebensjahr, kann man auch mal. Was steht hier? Vor dem zwanzigsten Lebensjahr. Ganz einfach. Ganz simpel. Warum sich das Leben schwer machen. Also, vor dem zwanzigsten Lebensjahr, aber, Umgang mit einer Frau gehabt zu haben, ja, das Ding hier. Feminei, Frau, Notizia, Umgang und Habuise gehabt zu haben. Sag der Kommentar, Umgang mit einer Frau gehabt zu haben. Habend, haben wir dann übersetzt mit, halten Sie für das Schändlichste. Ja, Aber nein, nein, wir sind klüger. Wir übersetzen. Also, Okkultatio ist tatsächlich die Geheimnis zuerei. Ja, also, man kennt es vielleicht auch aus dem Deutschen, Okkult, also geheimnisvoll, versteckt. Genau, Okkultatio, Geheimnis zuerei, es gibt es nicht, also, gibt es nicht, und zwar, welche Geheimnis zuerei? Kuesrei, also, dieser Dinge, gibt es keine Geheimnis zuerei, aber das kann man nicht wörtlich übersetzen. Deswegen steht im Kommentar, und doch gibt es im Verkehr der Geschlechter, untereinander, keine Geheimnis zuerei. Also, das ist auch wiederum frei, und doch machen sie aus der Verschiedenheit der Geschlechter kein Geheimnis. ja, das ist aber nicht das, was da steht. Ja, wenn ich es wörtlich wiedergeben müsste, dann würde es heißen, Kuesrei, in dieser Angelegenheit, ja, nulla est occultatio, also, in Bezug auf diese Sache, machen sie kein Geheimnis. Ja, also, sie machen kein Geheimnis daraus, dass, irgendwie, Menschen Geschlechtsverkehr haben. Ja, das ist die, das ist da, was das da steht. Okay. Gut. Quote, dann haben wir hier, et und et, ja, das kann man fett machen. Warum? Weil, das übersetzen wir nicht mit und, sondern sowohl als auch. Ja, weil sowohl, sie, ja, Endung, tur, dritte Parton, plural, sie, vermischt, gemischt oder vermischt, in Fluminibus, also in den Flüssen, Perluntur baden, und, beziehungsweise, als auch, und, benutzen sie, Perlibus, die Felle, oder, irgendwas, irgendwie, keine Ahnung, Pelzumhänge, ja, Pelzumhänge. Magna, parte, Nudo, das ist wiederum so, so ein, Applativ, Applativus, Absolutus, ähnliches Ding. Ja, warum? Weil, daraus machen wir einen Nebensatz. Ja, wobei, Magna, ein großer, parte, Teil, Corporis des Körpers, Nudo, nackt, bleibt. Ja, capischt? Verstanden? Also, weil, sowohl, weil sie sowohl, vermischt, in den Füßen, also nicht in den Füßen, sondern in den Flüßen baden, als auch, Felle, und, Pelzumhänge, benutzen, wobei, ein großer, Körperteil, bleibt. oder ist. Okay? Gut. So, das war der fünfte Satz und auch der letzte Satz von dem 21. Kapitel des sechsten Buches des Gaius Julius Caesars von seinem Werk Belum Galicum. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Drücke auf jeden Fall den Like-Button, wenn dir das Video gefallen hat. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann drücke zweimal den Dislike-Button. Abonniere meinen Kanal. Empfehle mich weiter in den sozialen Medien, in deiner Familie, unter deinen Verwandten, unter deinen Freunden und Bekannten, unter deinen Arbeitskollegen. Genau, besuche auch meine Patreon-Seite und dort kannst du 1 Euro spenden, damit ich Kaffee kaufen kann und nachts wiederum Latein-Videos machen kann. Okay, alles klar. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mit Parteien. Peace.